Hallo zusammen, ich bin Dominik, Polymechaniker im dritten Lehrjahr bei der Firma RaiderTech und heute zeige ich euch meinen Beruf. Ich habe mich für die Firma RaiderTech entschieden, weil der Standort super ist und die Ausbildung finde ich persönlich recht gut. Man kann überall sein, man lernt sehr viel, man ist nicht nur an einem Platz, man geht weiter, man lernt neue Sachen und sicher auch interessantes Zeug. Das coole an meinem Beruf finde ich persönlich das Arbeiten an einer Zehntzenmaschine. Dort kann man nämlich so viele Sachen machen, 5-Achsig, 3-Achsig und es hört nie auf mit den Möglichkeiten. Der riesen Vorteil an der Firma Raider ist, dass die Maschinen, die wir brauchen, selber herstellen und somit innenauswendig können. Wenn du Mathe, Physik und technisch interessiert bist und nicht zu wenig in die Hände hast, ist der Beruf Polymechaniker optimal für dich. Also das wäre es gewesen. Ich hoffe es hat dir gefallen und wann kannst du dich ja mal bewerben. Vielleicht sehen wir uns ja schon bald. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020